Yo, wunderschönen guten Morgen! Etwas verschlafen, aber mit ausreichend guter Verpflegung. Dann geht's los! Heute mit einem Flying Pandas-Dreh. Ich bin schon richtig gespannt. Wir haben ein bisschen was aufgefahren, denn wir produzieren ja gemeinsam mit denen... Wie sehen meine Haare eigentlich aus? Wir befinden uns hier gerade im 2-1-Studio! Noch ist es leer, außer die liebe Barbie, die da hinten schon rumkrauchelt und ein bisschen Sachen durch die Gegend räumt und Platz schafft für die Szenerie gleich. Das Equipment liegt schon bereit. Wir wollten ursprünglich einen Greenscreen aufbauen, wo wir dann quasi die Szene drin drehen, aber wir haben reflektierendes Material. Wie ihr das hier seht, da gehe ich gleich nochmal näher drauf ein, und dementsprechend drehen wir das direkt vor Schwarz. Was hier heute genau passiert, das werde ich euch jetzt noch nicht verraten. Schaut einfach mal zu! Glücklicherweise arbeiten wir mit unseren Kumpels von LAVOU zusammen, und die haben uns die Möglichkeit gegeben, zum Beispiel mit Original-Astronauten-Equipment zu arbeiten. Dieser Anzug hier zum Beispiel, das war ein Original-Testanzug von den Amerikanern, werdet ihr auch gleich nochmal sehen. Diese Handschuhe waren schon im All. Dieser Helm sieht einfach göttlich aus. Und ich bin mal gespannt, wie wir gleich mit den Reflektionen klarkommen. Ich werde das Set erstmal aufbauen und hoffen, dass Ju hier gleich mal an den Start kommt. Ich hoffe, der pennt nicht noch, der Junge. Viele von euch fragen immer, mit was für einem Equipment dreht ihr denn eigentlich? Das würden wir ganz gerne mal im Detail erfahren, und ich kann euch ja mal mitnehmen, durch einen solchen Flying Panas-Dreh. Wir haben hier erstmal ganz normale Hintergründe in Schwarz und Weiß. Die waren relativ günstig. Das sind so Stoffhintergründe von Pro-Cystal. Dann haben wir hier diese Standard-Valimax-Stative. Die benutze ich für die LED-Lampen, die ich da gleich draufschrauben werde. Werdet ihr die sehen. Dann haben wir drei Stück. Wir haben hier zwei weitere. Die sind schon aufgebaut. Die sind super praktisch, weil du die Lichtintensität regulieren kannst. Dann haben wir hier nochmal drei weitere Birnen. Die werden angetrieben über dieser Adapter, und dann kommt da ein Standard-Stromkabel rein. Weswegen wir heute so viele Lampen brauchen, das werdet ihr gleich sehen. Denn die Szenerie wird nicht ganz einfach sein, auszuleuchten. Hier sind die Softboxen. Das sind quasi einfach so weiße Platten. Die schaltet ihr da vor. Das werdet ihr auch gleich sehen. Und jetzt kommen wir zur Kamera. Die kennen ja viele von euch schon. Unsere Slow-Motion-Kamera. So sieht's aus, wenn's eingepackt ist. Ta-da! Die Sony FS700. Für die ganzen kameraaffinen Leute unter euch. Ich kann auch gerne nochmal einen Vlog machen, wo ich nochmal näher auf die Kamera eingehe. Aber das wäre jetzt gerade fehl am Platze, denn ich will euch ja zeigen, was hier heute abgeht. Bauen wir doch mal die Szenerie auf. Wir konstruieren hier gerade auf die intensiv chinesische Art und Weise mit Tesafilm. Und, boah, das Heftigste ist, wir sind gesponsert worden, ja? Und zwar von einer Bierfirma. Wir hatten nämlich kein Geld für Gewichte und deswegen haben wir uns ein Gewicht in Form eines Kasten Biers bestellt, was auch gleichzeitig Catering ist für später. Die Dichte des Tesafilms ist dann stärker als Beton, wenn man fünf Schichten übereinander klebt und die in einer bestimmten Riffelung erhält. Und du denkst, das ist alles? Da kommen wir mit. Ein volles Stab. Der ist nochmal fixiert, stabilisiert mit einem leeren Bierkasten. Wir haben einen Lichtkoffer, kurz voll eigen angewendet, indem wir das auch nochmal als Stütze benutzen. Und hier nochmal ein leerer Beckskasten. Becks ist für die erste Stütze, weil das ist nicht so stark gewesen wie der Reisdorf-Köln. Ich will ja nicht unterbrechen in deinem hochphilosophischen Ansatz hier, aber ich... Kannst du auch nehmen? Da klebt unten fest jetzt und dann wird fertig. Kann ich hier loslassen? Kann ich hier loslassen, ja? Einfach eine Schere, deswegen brauchen wir einen. Guck mal, dadurch, dass du es jetzt so abgeschlagen hast, weil es durch einen leichten Windzug wieder zurückgekommen ist, hat das jetzt eine aerodynamische Klebeform. Und dadurch können wir das jetzt hier nochmal kurz lösen. Und ich würde es einfach hier drauf spucken, einmal hier rumwickeln. Ja, das ist der Sicherheitsstift. Das ist der Sicherheitsstift, ja. Okay, cool. Dann klebe ich den hier rein und dann kannst du den hier einfach festmachen, oder? Nee, warte. Aber durchstecken. Ah, okay, ja. Man muss ein bisschen Kraft anwenden. So, man klebt das so rein wie so ein Kondom. Wenn du den rausziehst, fällt alles zusammen. Das machen wir nachher. Was für eine Scheiße, die Lama da... Yo Leute, das Set ist fertig gebaut. Kamera steht schon bereit. S und A. Der Club. Und das Set, wie ihr hier im Hintergrund seht, wir haben das hier nur über 180 Grad aufgebaut. Wir haben hier oben die Sonne platziert mit zwei LED-Leuchten. Und auf der unteren Seite haben wir hier mit so einer Softbox... Mit so einem Softbox-Vorbau haben wir die Mond-Untergrund-Reflexion nach oben. Ihr versteht schon. Und wir haben heute ein paar Gäste. Einer davon ist Ju. Hi. Hier unsere Gäste John und Mavi. Kennt ihr ja schon. Wunderschönen guten Hi. Die liebe Carina und der David sind hier gerade am Start. Die basteln hier schon ein bisschen was zusammen. Ihr habt ja was richtig krasses vor heute. Ihr wollt einen Alien zusammenbauen, ja? Ja, eine sexy Alien-Braut. Eine sexy Alien-Braut. Sexy Alien-Braut ist jetzt gerade noch... Sich umziehen. Sich umziehen. Die Kontaktlinsen reinmachen und so weiter. Wir haben Carina getroffen bei einer Produktion, wo ihr auch dabei wart. Und zwar... Das ist noch Japan-Day, ne? Ich kann euch noch mal kurz die Szene zeigen. Haben wir uns gedacht, schreiben wir die Carina doch mal an. Weil sie das da so professionell geschminkt hat. Du machst das schon ein bisschen länger, ne? So wie das aussieht? Zwei Jahre eigentlich. Echt? Ander und halb Jahre. Respekt. Wir haben ein paar Werke angeschaut. Und das war so professionell und genau das, was wir eigentlich brauchten. Deswegen haben wir Carina angesprochen, ob sie nicht Lust hat, bei dieser Produktion mitzuwirken. Guckt euch das mal an. Das ist der Hammer. Hi! Ja, das ist das Outfit für heute und jetzt wirst du noch ein bisschen angepinselt, ne? Genau. Boah, krass. Schau mal die Augen. Krass. Ist mir gar nicht aufgefallen eben. Oh, ja. Warte. Hast du den rausgenommen oder reingeschoben einfach? Einfach reingeschoben. Jetzt geht los. Es wird langsam ein Alien. Was ist das für eine Farbe? Bodypainting-Farbe. Ah, okay. Wir machen die Anni jetzt so ein bisschen echsenmäßig. Ich hab jetzt grundiert mit dem Grün so ein paar Tupfer drauf gemacht mit Pink. Und jetzt mach ich mit der Schablone so ein bisschen Maserung. Damit das überall so ein bisschen so eine Echsenmaserung kriegt. Dann geh ich da gleich nochmal ganz leicht mit Grün drüber, damit das nicht zu weiß ist. Und das längste war sechs Stunden. Sechs Stunden anmalen und dann stehen. Ist es eigentlich für dich, wenn du jetzt wirklich da ein paar Stunden dran pinselst und du eigentlich weißt, dass es eine relativ kurze Szene ist, tut es dann weh, wenn es wieder abgewaschen wird? Ich finde es eigentlich ganz schön. Man hat ja das Video, man kann es sich ja mal wieder angucken. Es ist halt genauso, wie wenn man es jetzt für ein Shooting nimmt. Dann hat man ja immer die Fotos noch. Von daher fühle ich das jetzt wirklich so schön. Und ich kann es immer neu malen. Dann ärgern die Leute sich dann, wie ich anmale, weil die es dann nicht selber können. Ja. Und für die ist das dann so ein bisschen mehr was Besonderes, ne? Gibt es irgendwo eine Seite, wo man deine bisherigen Werke begutachten kann? Ja, entweder auf meiner Website www.push-art.com Oder auf Facebook einfach nach Carina Push suchen. Wir nähern uns langsam dem Ende. So jetzt solche Accessoires wahrscheinlich machst du selber, ne? Hier oben ist selbst gebastelt. Ja. Und die haben wir so gekauft. Mhm. Genau. Aber sonst mach ich eigentlich viele Sachen immer selber. Hier am Japan-Tag, diese riesen Hörner, die hab ich auch selber gemacht aus Draht und Stoff. So Leute, wie sehe ich eigentlich aus? Das ist ja so eine Ultrapalme hier oben. Okay, alles egal. Unser Aushilfsasiat wird jetzt hier mal ganz kurz den Astronauten spielen. Ja. Passt wie angegossen, oder? Was er noch nicht weiß ist. Kannst du bitte Fly We To The Moon singen, während du angezogen bist? Fly We To The Moon singen, während du angezogen bist? Fly We To The Moon singen, während du angezogen bist. Oh, süß. Ein kleiner Astronaut. Ready? Ja. Boah, sieht das geil aus. Boah, das stinkt ja gar nicht. Jetzt riechst du zum ersten Mal deinen eigenen Körpergeruch. Okay, liebe Leute. Ihr seht, unser Astronaut ist fast fertig. Was jetzt hiermit passieren wird, das werdet ihr sehen auf unserem Fly Kleiner Kanal. Das Video wird bald online gehen. Wir werden... Morgen. Wahrscheinlich nicht. Tschüss. Also seid gespannt. Ihr seht jetzt nichts mehr. Tschüss. Ach krass, eben hab ich noch gesehen. Wird das so abgeduckelt, automatisch? Guck mal. Stimmt. Macht absolut keinen Sinn, aber ja. Ich fülle ihn jetzt auf, den Anzug. Guck, gluck, 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 gluck. Hammer. Geil, Alter. Hammer. Du siehst aus wie ein Taucher. Yo, wir sind durch mit dem Dreh. Ich hoffe, ich hab so ein bisschen das Interesse bei euch wegkennen können. Ich hab euch jetzt extra nicht zu viel gezeigt, damit ihr auch das fertige Video noch anschaut. Das wird dann auf Flying Pandas laufen. Wenn ihr mehr von diesen wunderbaren Arbeiten von Carina sehen wollt, dann schaut unten in der Beschreibung. Ich hab alles drin. Facebook, Instagram, YouTube. All das, was wichtig ist, sind bombastische Arbeiten. Unbedingt angucken. Und natürlich einen Kommentar da lassen und sagen, wie ihr es natürlich findet. Auch Annika hat mit drin. Auch damit, wenn du Lust hast. Danke nochmal für die Hilfe. Und seid gespannt, denn die Mädels werden ziemlich bald auch wieder dabei sein. Was denn? Ciao. Mach. Csiv. Mach. Messer. Olha. horn broccoli.